HR fürs Geschäft Menschen haben heute unterschiedlichste Ansprüche beim Verreisen. Besonders der Wunsch nach individueller Mobilität ist groß. Selber zu entscheiden, wann, wie und wohin wir uns bewegen. Das fordert auch von uns, unser Angebot weiterzuentwickeln. Dazu müssen wir, die HR, uns effizienter und leistungsstärker aufstellen. Und das schaffen wir mit unserem neuen, agilen Modell. Das wir selbst entwickelt haben. Dem HR Business Circle. Wir haben uns gefragt, wie wichtig sind für unseren Erfolg die klassischen Führungskräfte. Brauchen wir noch unseren Platz im Organigramm? Die Mehrheit hat sich demokratisch für eine radikale neue Lösung entschieden. Im HR Business Circle findet eine Teilung in disziplinarische Verantwortung und fachliche Steuerung statt. Die alten Abteilungsstrukturen wurden aufgelöst. Wir haben nur noch eine gemeinschaftlich gewählte, agile Führungskraft. Sie ist als Coach tätig und übernimmt disziplinarische Führungsaufgaben. Die neue Rolle des HR Business Partners steuert fachlich. Sie ist Teil des jeweiligen Management Teams eines Geschäftsbereichs im Vertrieb und ist das Bindeglied zwischen HR und seinem Fachbereich. Eine weitere Rolle ist der HR Partner. HR Partner beraten die Führungskräfte der einzelnen Geschäftsbereiche in allen Fragen der operativen und strategischen Personalarbeit. Das PRIO Board ist das zentrale Steuerungsgremium unseres neuen agilen Modells. Hier werden für größere HR-Projekte die Bearbeitungsdauer und die dafür notwendigen Ressourcen besprochen. Jedes dieser Projekte wird von einem interdisziplinären Team mit einem Product Owner und Methodencoach bearbeitet. Unsere agile Zusammenarbeit erfolgt in der bewährten Sprintlogik mit den Bausteinen Planning, Stand-Ups, Review und Retrospektive, bis das Team schrittweise das optimale Ergebnis erzielt hat. Durch dieses neue und einzigartige agile Modell ist die HR bei DB Vertrieb jetzt noch effizienter und leistungsstärker. Wir liefern HR fürs Geschäft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017